ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play 65 und zwar habe ich mir heute ein sehr sehr altes spiel ausgesucht und zwar spielen wir heute lazy jones das spiel ist von 1984 und es geht eigentlich um das spiel darum dass wir da in einem großen hotel da sind wir mit der hausmeister und wir haben aber nicht so die große lust zum arbeiten sondern spielen lieber computerspiele genau darum geht es in diesem spiel wir rennen durch das hotel und suchen überall in den zimmern nach spielautomaten und spielen diesen dann da sehen wir schon das ist das war gerade das hotel und die würde sagen wir steigen einfach mal ein andere seite ja diesen den wagen den dürfen wir nicht treffen sonst verlieren wir ein leben so was tun wir zuerst outline na Na, jawoll. Man seht schon, das sind alles so eine Minispiele. Und Game Over. Na, dann läuft die Zeit ab und solange die Zeit ist, können wir spielen. Und dann gehen wir wieder raus und müssen mal gucken, ob wir jetzt nicht gerade den... Hop, drüber hopsen, jawoll. Und, sag, nächste Tür. Und dann kommt das nächste Minispiel. Na, das findet sich ja gut an. Und Game Over. Na, immer in 80 Punkte. Na, früher, glaube ich, war ich ein bisschen besser. So, jetzt seht ihr, das passiert schon. Wir haben bloß fünf Leben. Na, da ist ja noch die letzte. Oh, ich habe ihn hier hochgeschickt. Wir haben noch drei Leben. Na ja, mal sehen. Ich glaube, das könnten wir trotzdem noch schaffen. Ja, ich spiele heute nicht mit Trainer, weil das bei... Ja, bei diesem Spiel braucht man es nicht unbedingt. Es geht eigentlich um die Gesamtpunktzahl. Da ist Telefon hier. Jetzt müssen wir hier Kartoffeln. Pipsen. Zählen daneben geschossen. Letzte. Und Game Over. Na ja. So, jetzt dürfen wir aber, müssen wir Kids mehr verlieren. Ah, wo bin ich denn? Ja, lange nicht gespielt. So. Gehen wir da rein. Also werden wir so wahrscheinlich durch die einzelnen Stockwerke hangeln. Ja, da muss man eigentlich oben dieses Mädchen küssen, aber... So weit sind wir leider nicht gekommen. Oh. So. Schauen wir mal. Jetzt haben... Menschen einsammeln. Wenn wir uns geht, nirgends wo anstoßen. Ja. Ich gucke auf den Krono los. Na gut. Boah. Ich gucke auf den Krono. Ich gucke auf den Krono. Ich gucke auf den Krono. Habe ich jetzt einen Jäger. Na ja. Ist egal. Ist von der Wagen weg. Gut. Gut. Haben wir aber noch zwei Leben, glaube ich. Ja. Ja. Hier müssen wir Luftballons fangen. Und dann nach oben. Ja. Jawoll. Und dann hingehen. Und Kussi. Jetzt wieder runter. Ja. Das hat nicht geklappt. Ja. Die Musik. Das hört ihr. Ist von Lena. Neuner des Suchballons. Und. Jetzt nach unten. Und. Kussi. Ah. Ich glaube da bin ich früher vielleicht einmal in der Zeit geschafft oder zweimal. ich bin ja richtig stark hier heute. Wo kommt der nächste Flussballon? Da. Oh. Den krieg ich nicht mehr. Na. Vielleicht schaffen wir es noch einmal. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch hoch. Ah. Hier. Jawoll. Den wäre nicht clever. Und Kussi. Ja. Ich war schon immer Frauentyp. Das muss man mal ehrlich mal sagen. Hm. Auch bei Luftballons fangen war ich nie so gut. Und. Oh. Sag mal. Jawoll. Und noch vielleicht noch einmal. Einmal. Kussi. Jawoll. Ah. Das darf ich nicht mal schaffen. Doch. Und. Ah. Gut. Okay. Und. Zum nächsten. Zum nächsten. Uah. Oh. War wohl knapp. Wir fahren. runter. Oh. Genau. Unten ist jetzt. Irgendwie ein. Schwarzer Mann. Ah. Der ist ein Kammer. Ne. Das wollen wir nicht. Arbeiten wollen wir ja nicht. Und. Der nächste. Was war das? Ach. An der Bar. Ach. Ach. So. Hier müssen wir. Cocktails trinken. Wenn der. Barkeeper. Kommt. Ach. Ach. Mensch. Ey. Katze. Na. Früher war ich ein bisschen besser. los. Na. Aber. Im trinken war ich ja immer stark. Ah. Game over. Naja. 15 Schnaps. Ist ja auch nicht schlecht. So. Und. Jetzt. Ich bin gespannt. Das nächste. Das nächste. Spiel. Ähm. Achso. Ja. Achso. Muss man hier eine Mauer mitbauen. Ohne. Ohne. Ohne uns. Dann ein bisschen berühren. Ah. Na ja. So war. Mist. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Und. Natürlich renne ich rein. Ah. So. Das war jetzt. Mist. Gut. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Und. Jetzt. Jetzt. nochmal. Mal. 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 so ein mundkalb das menschen ja jetzt und kussi und das spiel habe ich damals eigentlich ziemlich häufig gespielt das hatte ich damals als Kettenversion vom Schulhof und jetzt jetzt kommt der Wagen schon bereit schön schön weiter 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 und jetzt Kartoffeln, Kekseln auf dem Telefon das war dann ab zum nächsten auf dem Wagen aufpassen ich glaube naja nicht sehr chlorisch aber so jetzt noch mal aufpassen hat geklappt hier jetzt kommt er für den trinken doch da Tick sie mal an. Diese Dicke hier. Hau ab du. Ah. Der Baum hat wahrscheinlich mehr. Oh. Wo ist noch ein Paar? Jawoll. So. Und nun? Ah. Gut gemacht. Und dann fahren wir runter. Es kommt ja schon wieder. Dicke. So. Was machen wir jetzt? Uh. Das ist ein bisschen wie. Ja. Das heißt Laser Jones. Aber. Erinnert mich ein bisschen an. Space Vader. Ein bisschen an Space Vader. Ja. Wie gesagt. Ist. Ist. Ein ganz nettes Spiel. Ist eigentlich ein ganz nettes Spielchen. Ist jetzt. Ist eigentlich ein ganz nettes Spielchen. Sag ich mal nicht der größte. Der Knöller von 67. Aber. So. Das ist ein bisschen wie Space Sexy. so. So. Ich sache. das klingt doch von vorne dieses spiel kann ich mich noch nicht über das ist aber wirklich schon lange her ich sag mal oh 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 ich glaube der in harmonie kriegt und jetzt zum nächsten so was merze das ist sehr gewohnungsbedürftig hier naja ok jetzt bin ich als micro gekommen so jetzt gehen wir auf die andere seite rüber und jetzt gehen wir zum manchmal gehen wir schlafen und träumen von dicken männern auch nicht schlecht und weiter kleinesten jetzt die letzte tür in der altage als dem hals und wir machen wie soll man das denn schaffen oder konnte man schießen und hoch es war doch vollkommen klar die letzten noch schaffen muss ja auch mal es ist ein soviel ich glaube ich war mir dann dabei getrunken haben es dürfte aber käme die auszumachen Und Zeit für den Ball an sie getroffen. Sub, 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 Sub... Sub, 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 Sub... Sub, 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 Sub... nicht mal so übel die musik finde ich cool damals naja gut ok 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 und zum nächsten haben noch drei türen haben wir noch genau nach drei türen vorletzte türen wir nähen uns im ende spannen bis zur letzten sekunde der heutige straßenverkehr deswegen fahr ich lieber auto und gehe weniger zu fuß ich hätte ja noch kleiner gemacht meine fresse kann es ja kaum treffen wird das spiel gefällt mir nicht jetzt ich hätte es ja noch kleiner gemacht das ist gar nicht mehr so leicht das ist gar nicht mehr so leicht das ist gar nicht mehr so leicht ach so jetzt geht das wieder los und zwar etwas schneller aber ich würde sagen haben wir das alles schon gesehen und da lassen wir uns überrollen fertig game over so freunde das war lazy jones ja ich hoffe ihr hattet viel spaß genauso viel spaß wie ich beim spielen und ja schreibt mir doch mal ob euch das spiel auch gefällt oder ob ihr das in der jugend oder früher selbst oft gespielt hat so bis dahin freunde bis zum nächsten mal bleibt gesund bis bald